Axel Bauer gilt als einer der Top-Anwälte Österreichs. Er vertrat bereits Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser oder den Immobilienmakler Ernst Karl Plech. Mehrere Male war Bauer auch in den TV-Sendungen Schauplatz, Gericht und Bürgeranwalt zu sehen. Nun wird der Top-Advokat Opfer eines brutalen Verbrechens und entgeht nur knapp dem Tod. Die Tat eignet sich bereits am 20. März dieses Jahres in Wien-Döbling. Die Polizei meldet, Bauer gerät mit einem 60-jährigen Klienten in der Döblinger Grottenbachstraße aneinander. Der 60-jährige Millionär Walter S. attackiert den Anwalt mit einem Messer, sticht ihn in den Hals und verletzt ihn im Gesicht. Daraufhin nimmt der Sohn des Anwalts eine Flasche und schlägt den Aggressor nieder. Der wird festgenommen, der 20-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt. Bauer muss ins Spital gebracht werden, ins Wiener AKH und hat Glück, dass die Halsschlagader knapp verfehlt wird. Inzwischen ist Bauer wieder genesen und zurück in seinem Büro. Über den Täter wird am Mittwoch die U-Haft verhängt. Als Haftgrund wird eine Tatbegehungsgefahr angenommen, das teilt Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mit. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mann wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung.